Am Donnerstagmorgen sind in der Nähe des israelischen Generalkonsulats und des NS-Dokumentationszentrums in der Münchner Endstadt Schüsse gefallen. Christian arbeitet in dem Viertel und hat die Lage aus unmittelbarer Nähe miterlebt. Wir haben gerade eine Besprechung gehabt und da haben wir das Fenster offen gehabt und dann haben wir uns ein bisschen poltern hören, sag ich mal. Haben uns nichts dabei gedacht, hätte auch alles andere sein können. Und dann ist ein Kollege vorbeigekommen, hat dann gesagt, dass wir alle drin bleiben sollen, weil anscheinend gerade draußen die Polizei so ein Schüsse abgegeben hat. Und ja, dementsprechend haben wir uns auch dann so verhalten. Wir saßen mal oben und haben halt, sag ich mal, mehrere Schussabgaben mitbekommen. Beziehungsweise, also war halt so ein Geräusch, muss man ganz ehrlich sagen, bei so vielen Baustellen hier in München. Weiß man immer nie, ist das irgendein Baumaschinengerät oder ist es jetzt, also als Schüsse direkt identifizieren konnte man es nicht. Aber dann hat der erste Kollege gekommen ist und es mit der Polizei gesagt hat, dann ist uns aufgefallen, hey, ja, das kann tatsächlich sein, das hat sich so angehört. Ja, ja, ist schon ein bisschen, schon ein bisschen sehr, sehr strange. Vor allem, man ist ja halt hier in der Arbeit und denkt sich nichts und auf einmal hört man so was. Das ist dann schon ein ziemlich komisches Gefühl, aber ich meine, die Polizei hat alles im Griff. Die hat ja, das war schon ein gutes Gefühl, dass man eigentlich permanent dann Informationen von denen bekommen hat und wirklich live mitsehen konnte, okay, die sind jetzt hier mit einem Großaufgebot in der ganzen Straße. Also, da hat man sich dann schon wesentlich sicherer gefühlt. Die Polizei reagierte auf die Lage mit einem Großeinsatz. Die verdächtige Person schoss nach aktuellen Erkenntnissen auf die Beamten, die erwiderten das Feuer. Der Verdächtige wurde getroffen und verstarb kurz darauf.